Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Warum bist du nicht im Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Ich verstehe es einfach nicht Ich habe mir so viel Mühe gegeben, einen guten Eindruck zu machen Aber ich hatte gar keine Chance, mich einfach vorzustellen Wir haben gleich über mich gelacht Aber warum nur? Was ist an mir so anders? Ich bin doch nicht besonders außergewöhnlich oder fremd Ich hatte so gehofft, hier neu beginnen zu können Einfach glücklich zu werden Aber das, das ist mir wohl nicht gelungen Fanny, Fanny, alles in Ordnung hier? Ich weiß, wie ich fühle jetzt Das ist echt schwer Ich bin mit meinen Eltern als die Zwölfer aus dem A hergezogen Und es ist wirklich hart Eine fremde Kultur Eine fremde Sprache Keine Freunde Es ist wirklich alles neu Aber eins kannst mir glauben Heimat ist da, wo dein Herz Die erste Zeit wird hart für sie werden Aber ich bin überzeugt davon, dass sie es schaffen wird Ich war damals auch nicht ganz allein Ich hatte auch Unterstützung Und genau diese Unterstützung möchte ich ihr auch geben Sie schafft das schon Und sie schafft das schon Und sie schafft das schon Warum haben die nur gedacht Sieht doch eigentlich ganz normal aus Hey, Mr. Fanny, oder? Hast du Lust, mir was zu unternehmen? Dann komm mit Jetzt wird alles gut Endlich habe ich Anschluss gefunden Ich bin so glücklich Das war die Handscore Das war die Tarkozy Mal mit Ich erlerde zusammen Ich zeige mich Das war sie wiping Ich大vig Ich ries valve